Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Guljan Kams und ich bin Fernseh- und Event-Moderatorin und heute als Taufpartin im SeaLife Center in Oberhausen. Ich freue mich! Heute habe ich drei kleine Babyhaie in die Hand bekommen und hatte natürlich sehr gute Unterstützung und Hilfe. Timo und ich haben heute drei kleine Haie getauft und vermessen. Wir haben jetzt zwei neue Mädels im Becken. Sie heißen einmal Mavi und Lily. Und wir haben natürlich auch einen männlichen Babyhai dazu genommen, damit er auf die Mädels auch gut aufpasst und der heißt Louis. Alle Haie sind tiptop munter und gesund, 67 Zentimeter lang. 65 Zentimeter war auch einer von unseren kleinen Babys und sie waren sehr, sehr aktiv schon im kleinen Minibecken. Da sind sie uns fast rausgesprungen. Aber das hat die ganzen kleinen Kinder natürlich sehr gefreut, die heute hier zu Gast waren und die haben mir auch tatkräftig geholfen. Also abschließend möchte ich allen Zuschauern für die Aufmerksamkeit danken und ich kann jedem empfehlen, hier wirklich vorbeizuschauen, weil es ist nicht nur einfach so ein Aquapark. Nein, es macht Spaß und die Menschen, die hier arbeiten, machen es wirklich sehr, sehr gerne. Und ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ganz viele weibliche Haie sind schwanger, also werden bald viele, viele Babyhaie hier rumschwimmen. Kommt vorbei!